Hallo, ich sitze jetzt hier in einem Mepa-Pferdetransporter, neben Herrn Grom. Möchten Sie uns Ihr Fahrzeug näher beschreiben, bitte? Ja, vielen Dank. Ja, das ist ein MAN, 26-Tonner, 540 PS, Automatikgetriebe, luftgefedert. Das ist ein Pferdetransporter mit Wohneinheit und Pferdeabteil für fünf Pferde. Ausgestattet mit Heck- und Seitenrampe für die Pferde zum Be- und Entladen. Es hat Klimaanlage, Standheizung, Generator. Das Fahrzeug kann vollkommen autark von jeglicher außenstehender Stromquelle betrieben werden. Wir haben ein großes XXL-Fahrerhaus, dem Sie drei Personen transportieren können. Hier drin in der Wohnung haben wir ein Pop-Out, in dem wir hier sitzen. Das kann während der Fahrt eingefahren werden. Und wenn man steht und zum Leben kommt, zum Wohnen kommt, auf dem Turnierplatz ist, wird es ausgefahren. So in dem Zustand, wie es jetzt ist. Das ist ja toll. Haben Sie viele Kunden schon? Wir haben sehr viele Kunden. Wir sind der größte und wahrscheinlich auch der bedeutendste Hersteller in ganz Europa für die Pferdetransporter. Wir bauen zwischen 50 und 60 solche große Fahrzeuge pro Jahr, die in ganz Europa und auch zum Teil in die Emirate nach Saudi-Arabien und Katar verkauft werden. Und Kundschaft sind für uns vor allem Springreiter und Dressurreiter, aber auch zum Teil Leute, die professionell auf Turniere gehen für Gespannfahren, also 2- und 4-Spänner. Im Prinzip genutzt wird es von Profis, die auf dem Turnier übernachten, in so einem Wohnteil wie hier und die Pferde nur zum Transport nehmen oder auch von Amateuren, die auf größeren Turnieren sind oder auch von Betrieben, die viel Transporte mit Pferden haben. Das heißt, wenn ich eine große Hengststation habe, muss die Hengste zu Vorstellungen führen etc. etc. Alles, was rund um Sport und Zucht geht, das ist unsere Kundschaft. Und diese Fahrzeuge sind auch sicher auf den Straßen? Die sind selbstverständlich sicher auf den Straßen. Dieses Fahrzeug hat einen Abstandradar, das hat eine Wankregulierung, das hat einen Xenonlichter und zusätzliche Retarder. Sicherer geht es nicht. Nein, dann noch viel Erfolg. Auf den Papa San Mateus heißt Innes und danke für das Interview. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke.